hallo und ein herzliches willkommen hier auf meinem kanal zu seven days to die in der exitus mod und einem weiteren tag in der apokalypse seid gegrüßt meine lieben schön dass ihr eingeschaltet habt da freue ich mich natürlich darüber und ich wünsche euch natürlich einen schönen zweiten weihnachts feiertag so ich habe jetzt in der nacht ein bisschen sortiert eingeräumt getan und gemacht ich habe schon wieder so eine komische infektion ich weiß nicht woher es jetzt wieder bekommen hat da hilft der nicht dagegen aber ich hatte rote pillen gemacht einen moment so mal eben schauen wo ich sag ich glaube hier habe ich es reingetan ja gut und jetzt müssen wir noch ein happen essen und kochen müssen wir dann auch so viele sachen auf einmal dann müssen wir auf toilette und dann müssen wir definitiv noch ich wusste es jetzt muss ich nur gucken wo habe ich das klopapier hingetan super jetzt kann ich ja alle kisten durch wühlen nach klopapier weil ich ja noch nicht alles aufgeräumt habe da gut klopapier auch dann gehen wir auf toilette und dann gehen wir schnell noch in den bücher laden definitiv weil ich nehme bretab opad mit weil wir noch einen bauplan oder nach dem bauplan für den erdbohrer so hier dürfte es natürlich auch schon wieder nachgelegt worden seine zombies wieder da dann ganz schnell rein toilette und ganz schnell wieder raus so wunderbar also wo ich mir diese exitus krankheit einfangen da könnt ihr mir vielleicht auch noch mal einen tipp geben weil ich habe jetzt nur auf dem dach gestanden mehr oder weniger die nacht und ich glaube davor hatten wir uns sie nicht eingefangen also zumindest nicht dass ich mich entsinnen könnte so bücher bücher ist da oben heißt wir müssen so schräg darüber in die richtung gut dann wollen wir mal gucken wir nach den büchern ja den auftrag da haben wir auch angenommen vielleicht können wir den noch zusammen dann mit erledigen wenn wir den bücher laden leer geräumt haben sprit ist noch genug da 55 prozent fahren jetzt auch das direkt dahinter perfekt das ist ja prima ja ich hoffe ihr seid alle schön geschenkt worden zu weihnachten und hatten ein ganz tolles weihnachtsfest ist ja noch nicht vorbei ist ja jetzt gerade erst der zweite weihnachts zweiertag wenn ihr die folge bekommt natürlich mitten in der nacht für alle die die natürlich jetzt schon auf sind oder immer noch auf sind und meine folge sehen einen ganz besonderen gruß vielen lieben dank fürs anschauen und für alle anderen die morgen früh wach werden bzw später wach werden ihr entspannt euch auf jeden fall auch noch an dahinten an dem schönen weihnachts zweiten weihnachtsfeiertag hoffe ich zumindestens ich werde es definitiv tun wir haben jetzt also bei mir ist jetzt der erste weihnachtsfeiertag abends ich hoffe die folge ist auch schon komplett in hd zu sehen kann ich doch ich doch weil du kommst nämlich nicht so schnell hier rein siehste immer auf die kniescheibe so wir hatten eben was gelootet tragflächenschrauber so dann mache ich direkt mit und er hier du hast mir auch gefällt wie zahnschmerzen mein freund komm hier rüber tue ich dir nur halb so weh so weiter geht es furchtbar immer diese störungen beim looten also tragflächenschrauber ist ja schon mal eine coole geschichte dafür hat sich auf jeden fall gelohnt weil die gehen immer von beiden seiten okay aber ich habe gedacht wir finden wir finden ein bisserl mehr den habe ich doch also papier ist ja nun wirklich massig vorhandenen büchern gut was soll auch anders sein also auch nutzlose und nutzbringende bücher nutzlose bücher so machen wir hier weiter aber noch ein buch aber ein bauplan für den erdbohrer mann das wäre ein träumchen das wäre ein träumchen da ist nichts wie kommst denn du so angeschlichen hier jetzt wenn ich das in so einem buch mitbringen können so ist den hier alles gute kommt von oben oder wie candy man lange nicht gesehen trotzdem wiedererkannt und die haben wir leider schon die date falle nein kein quatsch mensch ich weiß du bist da drin ich kenne dich schon so noch wer nein bisschen mais nehmen wir mit dann geht es hier weiter ja schaut zwischendurch auch mal bei mir bei facebook rein da linke ich oder kündige ich eigentlich immer die live streams als erstes an den link dazu findet ihr auf meiner kanalseite unter dem dexter logo auf der rechten seite als kleines icon von facebook fände ich natürlich super toll wenn ihr mich da zwischendurch mal besuchen kommt und wie gesagt da findet ihr auch ziemlich die neuesten sachen und ankündigungen und da können wir natürlich auch wenn du nicht gerade schon im discord seid noch über andere spiele reden oder was ihr vielleicht noch an anderen spielen sehen möchtet gut denn haben wir auch erledigt ja leider war die buchhandlung nicht so von erfolg gekrönt wie ihr mir erhofft hatte leider aber noch sind wir nicht durch ein bisschen haben wir ja noch zerstörte werkbank so gut dann machen wir den auf hier hallo so hallo ich komme gleich lass mich eben jetzt wieso aufmachen dann können wir noch eine runde schnacken hallo ich bin der suu ja ich bin der dexter ich komme doch gleich das drängelt auch nicht so langsam müsste der mich erkennen wir haben jetzt oft genug verprügelt hallo ich bin der suu und der suu versteht uns nicht oder der will uns nicht verstehen oder beides ich muss den zum schweigen bringen wenn er jetzt noch ein paar mal hier rum dusselig rumquatscht dann werde ich aggressiv hallo ich bin der suu und wer bist du boah jetzt reicht's wo ist er mama mia hast du genug gehabt oder hast du natürlich nicht wer so schreit kann ich genug haben jetzt aber oder ich höre zumindest nicht mehr wohltuende stille komme ich da so hoch natürlich natürlich nicht und ich habe natürlich wie soll es auch anders nein ich muss gerade sagen meine frames liegen lassen so na so den könnte ich jetzt mal eben reparieren bevor mir gleich wieder missgeschickt passiert das ist ein blöden Geier Mann na na hold the might so tut mir wirklich leid so wenn mich nicht alles täuscht war hier auch noch einer drin ne so so hallo ich bin der suu und wer bist du wie schön das doch ist wenn die schweigen komm lass mich da ran lass mich da ich sehe deine weine so so habe ich hier nicht noch einen Geier gesehen gerade irgendwie ne ne ich Lessi so nicht noch mal ne zugbrücke laser visier mist tatsächlich kein erdbohrer menno menno ok dann haben wir hier alles dann können wir noch definitiv unseren auftrag erledigen würde ich sagen die nehmen wir noch mit hier ja ne Waren da noch welche von? Nicht, dass er dahinter wieder sagt, ich bin eine blinde Nuss und habe alles übersehen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ne. Ja, da können wir direkt raus, wie ich sagen. Bauen wir den auch ab, oder? Jutti. Okay. Na, du kommst aber schnell, du haste da eilig. Gut. Dann fliegen wir noch eben schnell zum Auftrag hier. Mit unserem super Motorrad. So hatte ich jetzt nicht gewettet. Ich sag ja, irgendwann falle ich immer in meine eigenen Löcher. Und da wären wir auch schon. So, jetzt kann ich mal eben gucken, bevor wir da reingehen. Ich lese mal den ganzen Rummel hier, den Feuerwehrmann. Und Ötland Schätze. Hainun Band 1. Automatische Waffenband 2. Automatische Waffenband 6. Gefecht in der Stadt. Bogen schießen für Dummies. Bauplan, Tragflächen, Schrauber. Fahrwerk. Der große Kakao Cup. Tagbuch des Jägers. Die werden verkauft. Der Schlagmann. Nochmal Gefecht in der Stadtbank 3. Mod 4 mal 4. So, das sollte es gewesen sein. Oh, wir haben sogar ein Nachtsichtgerät gekriegt. Sehe ich jetzt gerade erst. Wow. Gut. Dann die Wartkasse gucke ich eben nach. Und dann aber. Oh, kriegt alles weg hier. Ja. Habe ich ein Radium dabei? Natürlich nicht. Ähm. Ja, dann gehe ich auch durchs Fenster. Aber ich werde mir hier drinnen die Sicherheit einfangen. Ich muss mir von den Pillen noch mehr herstellen. Weil die braucht man echt an der Nase lang. Falsche Seite, Blondie. Hier. Blödchen. Hier. Hier. Ja, 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 ja. Ja, ich komme schon. Nicht schätzen. So. Na. Black Candyman. Auch hier. Und zweier Knüppel dabei. Ist eine Bleidio. So. Aber wir haben ja definitiv gesagt wir nehmen immer Plaster Stein und so mit. So. Und ja ich habe es gelernt zerstörte Blöcke gleich radioaktiv. Auch wenn ich die Blöcke selber herstelle. Sozusagen. Mama mir. Hier. Ja und dann werde ich definitiv wohl mal anfangen. Ähm. Wurde da übel mit unserer Base. Jetzt. Also auf jeden Fall schon mal mit Grabungs. Mit den Grabungsarbeiten. hier. 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 Ich hätte ich die Waschbecken hier jetzt auch schon zerhacken können für Messing. hier. dort. you put zu machen irgendwann. heyche Vediana haahahahahha jetzt da drauf geht dann macht er direkt wieder. Ich muss mal gucken, ob ich einen anderen Weg finde. Bin ich direkt wieder radioaktiv? Na, Ulse, Ulse? Kommst du auch zu mir? Danke dir. Hey. So. Der Müller immer noch. In dem Wagen ist nichts drin, ne? Doch. Oh, eine Dreier-Axt. Wird ja mal besser. Ach, wir haben schon eine Vierer. Ja, 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 ja. Komm her. Oh Gott. Die hat einen Buckel. Der war halt nicht wie ein Löckner von Notre Dame. So. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So... So, dahin ist noch ein Rucksack, so, dann mal die flotte Keule hier, einmal schön durch den Durchgang hier, genau, 1, 2, 3 und unten bleiben, so, Level 39 nochmal, 5 Fertigkeitspunkte, das ist cool, ok, da gehen wir gleich, gucken wir eben hier, hier war nichts mehr, ok. Denkste, 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 den kann man sofort lesen hier, was haben wir gut, zurück zum Händler, dann haben wir hier auch alles, wunderbar, so, von da sind wir gekommen und da werden wir auch wieder gehen, die Autos gucke ich noch eben rein, vielleicht ist ja irgendeiner hier, in die Garage können wir eben reingucken, da habe ich ja noch gesagt, Garagen ist natürlich immer so ein Punkt, wo sich eventuell sowas verbergen könnte, aber hier in der Garage ist natürlich gar nichts drin, außer Müllhaufen, ich glaube nicht, dass einer einen Erdbohrer in den Müllhaufen steckt, gut, ok, ein Porsche Fahrer will auch kein Erdbohrer Auto haben, glaube ich zumindest, eine Mark im BMW, das sind die BMW Fahrer, nicht viel drin, aber eine Mark, gut, dann geben wir die Sachen mal ab, zurück zur B, ist alles wieder in die Kiste schmeißen und ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt Tag 18, Tag 21 ist die Hordennacht, ich würde dann tatsächlich nochmal ein, zwei Tage Offscreen Graben buddeln gehen und vielleicht ein bisschen Farben zwischendurch noch, wenn noch was fehlt, dann muss ich auch mal gucken, wie ich dazu komme, weil unter der Hordenbase bei uns ist ja Eisen, Nitrat, Kohle und und und, da kann ich ja quasi abbauen, aber ich wollte natürlich runter mit der Werkstatt auf den Bedrock, aber bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich so tief graben werde, weil dann wird es natürlich ein Mordsprojekt werden und ich werde auch nichts groß fertiggestellt kriegen, bis dahin mit Haku und dem ganzen Gedöne, Antibiotika oder Jagdmesser, Antibiotika, ne? So, dann mal eben ein Inventar, mal gucken, was ich dir verkaufen kann hier. Das Hemd, mal nicht Kampfanzug, dann kriegst du das Hemd auch. So, haben wir hier noch was? Ne, ne? Den wollte ich lesen. Den kann ich essen. So, den eben lesen und den hier wollte ich mir anziehen eigentlich, genau und dann wollte ich nämlich was gucken, kann ich in den hier, ja, da kann ich eine Mod reinsetzen, prima. Dann werde ich das nämlich tun, weil wir haben ja noch genug Taschenmods. Komm, ich nehme dich mit. Keine Sorge, ich erlöse dich. Du musst dich nicht quälen, weil das Riesenbike dich angefahren hat hier. So, hier hoch, zack, zack. Unsere Frames, wo sind? Da. Na. So, ich meine, hier war eine leere Kiste irgendwo. Da, würde ich da sagen. Schubse ich den ganzen Kram mal eben rein, wie immer. Das wird natürlich auch noch ein Krampf werden, ne? Mit dem Minibike dann alles in die neue West zu bringen. Da werde bestimmt auch ein Tag offscreen unterwegs sein, bis ich das mal alles rübergefahren habe. Oh, die kann ich lesen. Uns fehlt auf jeden Fall immer noch der Bauplan für den Erdbruch und Bauplan für eine Werkbank. Fände ich zumindest jetzt noch ganz cool, wenn wir die noch kriegen würden. Und den wollte ich auch anlegen, hier. Und hätte auch verkaufen können. Die hätte ich auch wegschmeißen können da. So, da haben wir auf jeden Fall eine 6er Schaufel. Zack, zack. Genau, dann kann ich die hier verändern. Die Mod rausholen. Dann kann ich die verändern. Und die Mod da reinpacken. Und eventuell... Oder am Platz, ja, ne? Ne. Aber hier haben wir noch einen. Wunderbar, dann haben wir das genau. Eine Mod wollte ich noch rausnehmen für das Hemd. Eine Hose haben wir ja leider keine. Da. Und den hier. Ne, der nimmt die gar nicht, ne? Das ist ja gemein. Aber dann verstehe ich eins nicht. Wir kriegen ja... Wie kriege ich denn? Muss ich die dann? Kriege ich die nur frei durch Freischalten und nicht durch... Ähm... Ob man die wirklich nur freischalten kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. So, bye bye.